Ich bin der Meinung, ich müsste, glaube ich, mit einem Topf... Sag mal, er hat einen Helm. Kann ich ihn? Kann ich ihn? Okay, ist jetzt die Frage, war das clever oder war das nicht so clever? Weil, hier sind ja überall Ratten. Wobei, wir haben ja jetzt auch so ein Ding gemacht. Warte mal, kann ich hier wieder aufstehen? Ja. Wobei, hier kann ich ja rüber, ist ja gar kein Problem. Gar kein Problem. Achso, guck mal hier, hier könnte ich doch nochmal die Glut entfachen lassen. Zack. Machen wir uns mal ein bisschen Licht. Ah, sehr gut. Ich muss erst wieder reinkommen, Chat. Es ist, äh... Zwei Wochen her, es ist, äh, gar nicht so einfach. So, du hast nichts fallen lassen, ne? Ne. So... Und wie Julia schon gesagt hat, sind wir ja auf dem Weg... Ähm... ...das Buch zu finden. Warte mal, da müssen wir nicht lang. Wo muss ich denn lang? Äh... Okay, okay. Also, wir zünden mal hier das Feuer an. Aber hier macht's eigentlich gar keinen Sinn. Oder? Nee, macht's keinen Sinn. Warte mal, wir gehen nochmal zurück und holen uns einen neuen Stock. Und ich glaub, wir müssen nämlich denn da durch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir müssen nämlich, glaub ich, da durch, damit wir da hinkommen. Das ist so meine, meine Theorie. Ach du Scheiße. So. Äh... Das klingt. Äh, ja. Das ist gar nicht mal so lecker. Außer meinem Glauben fest. Was? Glauben fest? Wie war das? Wie kann ich was wegschmeißen? So. Okay. Steht nur einer da. Oder? Ja. Das heißt, wir machen erstmal hier wieder Feuerchen an. Ich hab da drüben was gehört. Ich hab da drüben was gehört. Er hat da drüben was gehört. Was könnte es gewesen sein? Ja, nimm mal den Helm ab. Okay. Das war jetzt aber schon gar nicht mal so schön für ihn. Aber gut, ey, 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 ey. Für Selbstverteidigung und so, ne? Ist, äh, alles cool. Was haben wir hier noch? Okay, davon können wir nichts weiter mitnehmen. So, hier sind wir doch jetzt richtig. Ja. Jetzt ist die Frage, wo ist die Bibliothek? Oder das Buch, was wir suchen. Hast du für Loot übersehen? Hast Loot übersehen? Was? Ich hab Loot übersehen? Niemals. Achso, Bendy, nur als Tipp. Teilweise wächst der Loot auch nach. Also, ich hab gestern öfter an der gleichen Stelle looten können. Nach einer Aktion. Aha. Das ist auch gut zu wissen. Weil manchmal ist ja dann für Herstell... Die Universität. Na bitte. Weiter. Ach, da hinten? Ja stimmt, wir müssen zur Universität. Ja, 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 ja. Der Friedhof. Der liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Ja, das frag ich mich auch gerade. Wollen wir da wirklich lang? Also, eigentlich nicht so. Aber ich geh von aus, wir müssen. Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie dringen. Nicht schlecht. Der große Inquisitor macht eben keine halben Sachen. Äh, wie komm ich hier wieder raus? Ah, okay. Was ist denn hier in uns? Noch mehr Loot? Und genau, die Werkbank. Bei der Werkbank können wir immer mal wieder schöne neue Sachen wieder herstellen. Aber wir können gerade nichts aufwerten. Das ist der Kodex. Ja, wir können hier jetzt noch... Ja, hier fehlen uns die Mixturen. Äh, wir haben drei von denen und drei von denen. Äh, wir haben drei von denen und drei von denen. Kumpel, nur ein paar Münzen. Ach, nein! Was? Was, was, was? Du hast doch irgendwas dabei. Was wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia! Tu was! Los! Was soll ich da machen? Achso, warte mal. Kann ich jetzt einfach... Hey! Was zum Teufel! Was zum Teufel! Das wird dich lehren. Das war ein bisschen knapp, würde ich sagen. Das war gar nicht mal so gut. So. Du Scheiße. Wobei, war das jetzt eigentlich richtig, dass ich das da gemacht hatte? Hätte ich da vielleicht... Naja, wohl. Warte mal, hat der hier noch was? Die kommen jetzt hier nicht durch, ne? Nee, ne? Nee, ne? Die sind jetzt hier... Okay. Im Fenster. Perfekt. Ja, im Fenster. Perfekt. Warum haben die da hinten keine Angst? Okay. Egal. Wir gehen durchs Fenster. Der hat dich auch gedacht, Herr Junge. Das Licht weglegen. Magister. Das Episanguis. Mal sehen. Mal sehen. und aber auch ein dagegen. Okay. Und jetzt... Aber... Du gehst mir alles... Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Pah, warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Mh, insbesondere da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es, hm, bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hinternpatrouille laufen. Hm. Okay. Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Alter, was ist das denn hier? Warum sind denn hier so viele, äh, Leichen? Also, klar, Pest und so, aber meine Güte. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Hm. Ach, noch mehr Tote. Ach, du Scheiße. Oh, das ist gar nicht so nett. Okay. Machen wir doch mal das Voila hinten an, würde ich sagen. Ha. Okay. Okay, okay, okay. Also, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Um uns... Wie komme ich denn aber wieder zurück? Weil hier werde ich wahrscheinlich nicht hochklettern können. Was ist das? Das sind diese Kristalle, von denen die erzählt haben. Oh, da ist auch noch Loot. Und mal, da ist auch nochmal Loot. Nehmen wir natürlich erstmal mit. Oh, geh ich jetzt da runter? Hey, Dave. Na, Abend. Äh. Also, alleine, weil da Loot ist und da auch, würde ich fast behaupten, ja. Warum Scheiße auf, wir gehen hier runter. Also, das ist Episangus. Gut. Episangus und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Dann probieren wir es mal aus. Okay. Das hier ist für dich. Einfach da hin, oder was? Wie die ausrasten. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran. Die Wirkung hält nicht sehr lange an. Ehe. Okay. Okay. Ich verstehe. Äh. Warte mal. Wir stellen mal... Noch einmal. Okay. Dann werfen wir das mal da hin. Sehr nice. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los. Es ist nicht mehr weit. Okay. Warte mal. Ja, das ist falsch. Das ist die Lichtquelle. Scheinkleise. Ich war bis eben mit einem Nachbarn in einer Wohnung eingesperrt. Schloss im Eimer. Neben der Schüssel links gekommen. What? Der... Du erlebst aber auch Sachen, ey. Äh. Ist schon... Ist schon witzig. Äh. Ja. Wie mache ich das jetzt? Also klar. Ich könnte jetzt mit diesem... Kann ich einfach hier durch? Geht das? Verschlossen. Natürlich nicht. Na gut. Okay. Dann werden wir hier nochmal... Wobei macht nicht auch das Ding hier Sinn? Die Ratten eliminiert. Vielleicht nicht. Also nicht komplett. So. Geht mal da drüber. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. So. Warte mal. Aber hier... Kann ich hier noch irgendwas einsacken? Ne. Schade. Oder hier. Fast noch was übersehen. Okay. Ähm. Okay. Oh. Glück. Glück. Ich mag im Unglück, dass da eine Lampe ist für mich. Nichts. Oh. Da ist noch weiterer Loot. Warte mal. Müssen wir auch nochmal ganz kurz hier. Wir sind... Wir sind ja... Also ich vor allen Dingen. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Ja, warte. Wir müssen erstmal kurz da hin. Weil da ist nämlich noch Loot. Ne. Wir müssen doch nicht... Oh shit. Wie mache ich denn das? Ah scheiße. Scheiße. Oh. Hier ist ja auch nochmal was. So. Ist jetzt die Frage. Wenn ich jetzt hier lang gehe, rutsche ich da runter? Oder ist... Boah, das ist so viel. Ich kann mich nicht entscheiden. Da vor Polizei und Notdienst eine Nachbarin abgeholt. Ist immer lustig. Äh. Ein Problem. Scheiße Dave. Das ist... Äh. 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 Hallo. Das war jetzt nicht so schön. Ja, wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Okay, warte. Also holen wir jetzt erstmal den Wagen? Das Problem ist... Die Lichtquelle ist zu wenig. Scheiße. Ich habe keine Idee. Okay. Okay, okay, okay. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich meine, ich kann sie jetzt alle in eine Ecke locken. Dann könnte ich ja ganz schnell hinrennen. Aber es ist ja nur von... Ne? Von einer gewissen Zeit. Und wenn ich den Wagen da drüben holen soll, um... Ich weiß ja auch noch nicht mal, wo ich den hintransportieren soll. Also pass auf. Wir probieren erstmal hier nach unten zu kommen. Um den Loot uns zu grabbeln. Also ich hoffe, das funktioniert, was ich da so vorhabe. Warte mal. Mach mal das lieber von hier aus. Das kann ich doch hier runter. Okay. Loot haben wir. So, jetzt kann ich doch bestimmt wieder mehr herstellen. Hey, 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 ho, 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 ho. Ihr kleinen Mistviecher, warte mal. Für die Aktion, Freunde, auch wenn es eigentlich eine Verschwendung ist. Ich kann nichts machen. Schade. Ich hab gedacht, ich hab noch einen. Aber kann ich nicht? Okay, kann ich nicht. Fuck. Hier kann ich die da hinlocken, alle so? Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle mal festnageln. Ja, wie denn? Warte. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Ey, wir werden so sterben, Chad. Wir werden so sterben. Ich glaub nicht, dass das zielfühlt ist. Lass das doch. Mir dräuchte, du sollst eine neue Waffe einsetzen, um die Ratten abzulenken. Ja. Scheiße. Das war gar nicht mal so clever, was ich gemacht habe. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich da hin hochklettern. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich da hin hochklettern. Also, wir müssen ja anscheinend... Muss ich den Karren überhaupt hierher bringen? Ist jetzt die große Frage. Oder muss ich... Jetzt ist der ganze Loot da unten noch. So, warte mal. Hier ist alles safe. Ich muss ihn hier hinbringen, oder was? Damit ich hier hochklettern kann? Ist das... Oh, ist das euer Ernst? Scheiße. Da wollte ich nicht hin. Okay, 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 okay. Also, wir machen erstmal... Erstmal. Wollen wir unseren Loot. So, mehr hatten wir hier nicht, ne? Uhu, 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 ganz schön wieder nach oben. So, hier hatten wir noch Loot. Nein. Lass los. Also, du kannst die vielleicht alle in eine Ecke locken, wo noch der Loot ist. Und dann mit der Lampe so eine Schranke machen. Und dann gehen die nicht drüber. Und werden im Eck eingesperrt. Weiß nicht mehr, wie ich es damals gemacht habe. Das ist aber eine sehr gute Idee. Meinst du quasi hier in die Ecke? Okay, aber dann komme ich an den Loot nicht mehr ran. Was aber auch nicht so wild ist, ne? Das ist jetzt... Ich meine, um an den Loot ranzukommen, könnte ich ja alle erstmal nach da schicken. Ne? Könnte so kackendreiß sein. Das Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle mal festnageln. So, jetzt lasse ich sie hier kommen. Und schicke sie jetzt quasi hier hin. So, dann nehme ich jetzt das Lämpchen. Jojo, du hast genau die geile Idee. Sehr, sehr nice. Sehr gut, sehr gut. Danke, Chad. Danke, Jojo. Goldener Tipp. Warte mal. Warum kann ich hier rüberklettern? Vor allen Dingen komme ich ja auch hier wieder zurück anscheinend. Ja. Gibt es hier etwa noch Loot? Oh, das war... Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Als wäre der Ort hier nicht schon düster genug. Äh, was ist das? Stück einer Grabplastik. Der Transi ist eine besondere Form der Grabplastik. Eine Art Steingrab ohne Überreste. Das normalerweise mit einer friedlichen, ruhenden Liegefigur verziert ist. Unter der Grabfigur kommt es eine weitere realistische Darstellung des Verstorbenen zum Vorschein, die ihnen eingefallen oder bereits verwesen zeigt. Auf städtischen Friedhöfen, wo immer mehr Infizierte begraben werden und für die Ausbreitung des großen Bösen sorgen, werden sie immer häufiger. Versäuchte Leichen werden allerdings in Massengräbern außerhalb von Siedlungen deponiert. Die Transi selbst sind heilige Orte vorbehalten. Okay. Aber cool. Haben wir hier auch nochmal ein bisschen was dazugekommen. Das klingt super smart, ja. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. So, jetzt müssen... Warte mal. Aber wo müssen wir jetzt damit hin? Also doch darunter, wo ich das gerade eben noch gesagt habe, ja, ne? Also macht ja Sinn. Dann kann ich da hoch... Ja, stimmt. Muss ich auch. So, jetzt hier einmal um die Ecke. Ja, ist ja gar kein Problem. Gar kein Problem. Äußerst diskret. Find ich auch gut. So, jetzt hier hoch. Hoppdihopp. Sehr gut. Ja, alles hat jetzt ein bisschen gedauert, aber war okay. War okay. So, was haben wir hier? Kein weiterer Loot. War ein bisschen Loot. Ja, ja, ja. Loot, loot, loot. Okay. Hier gibt's nix. Hier gibt's gar nix zu sehen. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Mach du Scheiße. Der arme Hund. Ach so. Hä? Aber der arme Hund. Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Ja, das... Wir werden das schon... Da wird schon... Wir werden auch schon was finden. Oh Gott. Die Kranken. Sie haben sie abgeschlachtet. Also, das ist aber auch super unangenehm. Die Ratten. Sie haben... Die Ratten losgelassen. Ich... Ich kann nichts tun. Ach du fuck. Kaum zu glauben. Sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt. Du Scheiß. Also, die Leute... So, warte mal. Wir machen uns jetzt hier erstmal nochmal so ein paar so eine Dinger. Äh... Die sind voll. Das werden wir uns nochmal ein bisschen herstellen. So. Jetzt können wir nämlich auch wieder Stein mitnehmen. So, und hier ist gerade eine Wache patrouilliert. Riesenbiester. Verdammtes Rumgequieke. Was habt ihr euch so wichtig... Das Brudor ist. Ich könnte es versuchen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben... Könnt ich eigentlich jetzt einfach damit abschmeißen? Ah! 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 Was ist denn mit ihm nicht richtig? Ah! Ah! Alle anderen werden bald gerettet. Hey! Wirf sie nicht ständig ins Wasser! Die treiben alle zur anderen Seite rüber! Bei dem Gestand kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja! Du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst! Was ist dein beschissenes Problem, Junge? So, also bei dir habe ich ja nun am allerwenigsten Mitleid, aber dich kriege ich nicht da hin. Warte mal. Aber ey, den müssen wir jetzt leiden lassen, ne? Also wer hier so kackend reist ist... Dieses Geräusch... Ja, dieses Geräusch. Geh mal kontrollieren. So, den wirst du jetzt gleich von Ratten gefressen, mein Freund. Also so eine Aktion kann ich ja nun gar nicht gut heißen. Warte mal. Gut. Warte mal, hier drüben ist ja auch nochmal Loot. Weil ich glaube, jetzt bin ich zu gierig. Warum sind sie noch hier? Okay. Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wenn wir weiter hierbleiben, wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich deinen Maul und hör auf rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Machen wir erst mal den hier. Fatsch. Fatsch. Auf Wiedersehen. Hätte ich jetzt noch anders lösen können, aber wollte ich nicht. So. Wieder Loot einsammeln. Loot, Loot, Loot. Okay. Was gibt es hier vorne Schönes zu finden? Ah, okay, okay. Hier hätte ich ihn hinlocken können. Verstehe. Verstehe. Was mache ich jetzt mit den Ratten? Ich muss wahrscheinlich da drüben hin. Äh, okay. Wait a sec. Oh, das wird nicht funktionieren. So, kann ich jetzt sagen, a la Jojo-mäßig geht ihr mal alle... Warte. Geht ihr mal alle da hin? Ich nenne es die Jojo-Taktik. Finde ich gut, die Taktik. Hey, du. Es brennt. In mir drin. Was soll ich tun? Äh, ich weiß nicht. Was weiß ich? Äh. Aber nimm nicht das da. Trink das nicht. Nicht das... Nein, nein. Das ist ein Albtraum. Los. Reiß dich zusammen. Du Scheiß. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Gar nicht gut. Ja, das... Ach, fuck, ey. Warum trinkt er denn auch das? Was? Der große Inquisitor. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Äh. Wait. Es tut mir also gar nicht leid. Warte mal. Kann ich dir von hier aus? Geht das? Was war das? Ein Steinchen? Ha. Das war dein letzter Fehler. Hast du gehört? Fuck. Der weiß ja gar nicht, wo ich bin. Oder weiß der jetzt, wo ich bin? Wir wählen mal vorsichtshalber den hier aus. Okay, er weiß, wo ich bin. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Okay, er weiß jetzt doch nicht mehr, wo ich bin. Das ist eigentlich sehr gut. Ach, dir mal noch so einen Schlaftrank oder was das ist. Das rettet dir manchmal das Leben. Oh ja, stimmt. Da hast du recht. Das ist interessiert, das hier, ne? Ja, 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 ja. Warum wird der jetzt nicht von den Ratten, äh, geercht? Sie sind bestimmt weg. Ja. Müssen wir hier nicht verausgaben. Nö. Also. Nö. Warum läuft der denn jetzt auf einmal wieder zurück? Na dann. Na dann. Geh da woanders hin. Ich dachte, der läuft jetzt noch da. Also, da hinten. Und ich kann da hin. Aber nein, da kann ich nicht hin. So. Wie mache ich das jetzt am Töpsten? Also da unten war noch Loot. So, er steht jetzt erstmal da. Hat aber keine Lampe mehr. Weil die Ratten greifen ihn trotzdem nicht an. Schade. Da hätte ich ihn gerne gesehen. Du kannst die Ratten ja trotzdem in seine Richtung locken. Ja. So, wir werden mal gleich hier ein bisschen... Schon mal auswählen. Das Richtige. Äh, tschüss. Also manchmal bin ich aber auch fies, ne. Muss ich mal ganz klar sagen. Manchmal. Ja. Dann. Ja. 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 Vielen Dank.